Gesetz 18. Baue zu deinem Schutz keine Festung. Isolation ist gefährlich. Im Video zum 16. Gesetz, Glänze durch Abwesenheit, um Respekt und Ansehen zu erhöhen, habe ich dargelegt, dass das Nicht-immer-zur-Verfügung-Stehen von Zeit zu Zeit notwendig ist. Heute wollen wir die Gegenseite behandeln, denn zu viel Abwesenheit kann genau wie auch zu viel Anwesenheit schaden. Wer sich nie sehen lässt, gerät schnell in Vergessenheit. Dabei ist es wichtig, anwesend zu sein, um einen guten Ruf und Ansehen zu erlangen. Besonders in schwierigen Zeiten ist es wichtig, sich nicht zu sehr zurückzuziehen, da dies dann den Charakter einer Niederlage hätte. Automatisch assoziiert unsere Umwelt dies als Schwäche. Auch wenn es uns nicht danach zumute ist, ist unsere Präsenz besonders in unangenehmen Situationen wichtig und sie erhöht unser Ansehen. Ein Sinnbild dafür ist ein guter König, der sein Volk souverän durch eine schwere Zeit führt. Letzten Endes hat aber auch das erwähnte 16. Gesetz weiterhin gleichbleibende Gültigkeit. Der goldene Weg besteht darin, zu wissen, wann Rückzug und wann Anwesenheit angemessen ist.